Ist alles okay bei dir? Meine Lieblingsporzellantaste ist mir gerade kaputt gegangen. Kannst du dein Handy entsperren, damit ich mir eine neue bestellen kann? Oh mein Gott, wenn sie Porzellan in meinen Suchverlauf eingebt, sie wird rausfinden, was für ein verstörter Typ ich bin. Und sie wird mich verlassen und ich werde für immer allein sein. Fehlt nur noch dein Gesicht zum entsperren. Hä, warum geht das denn nicht? Ach hier, nimm dein Handy, ist auch egal. Ich such dann einfach auf deinem Laptop. gepackert.